Was für eine Idee hätten Sie für die Stadt Gelsenkirchen? Was könnte man verbessern, auch im Kleinen? Wenn man die Straße in Ordnung bringen hier, die Gelsenkirche, und man ein bisschen sauberer halten alles. Ein bisschen mehr Sauberkeit. Ja, ich weiß nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Und ich weiß auch nicht, ob man das abgeben kann, sage ich mal, an die Stadt, sondern letztendlich ist jeder Einzelne für sich selbst gefordert. Wenn man da durchgeht und den ganzen Dreck sieht und den Müll, da geht es ja schon los. Ich habe überhaupt keine Ideen mehr. Die sind mir alle verloren gegangen. Meine ganzen Ideen, ja. Im Moment läuft es hier ganz gut. Es wird viel gemacht, also denke ich mal. Wir haben es grüner, aber es ist okay. Bis jetzt. Es wird eine Umgestaltung in Schalke, Bürgersteige, es wird allgemein, weil viele Betriebe weggegangen sind, und Kleinbetriebe weggegangen sind. Da versuchen wir durch Initiativen irgendwie was Neues hinzubekommen. Aber es ist ja alles nicht so einfach. Das weiß man ja heute. Platz brauchen wir auf jeden Fall für die Taxis, ja. Aber so viele Plätze, ob es Verfügung steht, weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Das wäre nicht schlecht, nur zum Beispiel, ja. Ich werde die Bismarckstraße erneuern. Wie finden Sie das denn grundsätzlich, dass es jetzt so etwas wie einen Bürgerhaushalt gibt? Das ist richtig, finde ich. Absolut richtig. Und da sollte man schon versuchen, irgendwie sich selbst einzubringen. Die Leute in der Stadt bekommen ja eigentlich Geld dafür. Die werden ja dafür bezahlt, dass sie sich selber darum kümmern und wissen, was die Bevölkerung, was die Bürger wollen. Das ist schon nicht verkehrt, ne. Das ist schon richtig so, dass man die Leute fragt und dann den Meinungen holt, sag ich mal. Ist es nicht verkehrt. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020